Wir haben schon seit Beginn der Plaza festgestellt, dass die BZ-Leser und das Publikum auf der Plaza versteckungsgleich sind. Viele junge Familien, viele ältere Leute, die einfach Genuss schätzen in jeder Form und wir wollen unseren Lesern auch zeigen, dass sie es haptisch und praktisch erleben können, was Baden zu bieten hat. Wir wollen Erzeuger zeigen, wir wollen Landwirte zu Wort kommen lassen, Winzer, natürlich auch Köche. Wir wollen unsere gerade zu Ende gegangene Serie über das Gemüse mit präsentieren. Das sind ja einfach neuere Trends, die gerade wieder in der Hochküche vorgelebt werden zu einer leichteren, gesünderen, bekömmlicheren, weniger fleischlastigen Küche. Und es bietet sich an, weil in Baden ist alles verfügbar, alles was das Herz begehrt und wir können richtig aus dem Vollen schöpfen, eigentlich zu jeder Jahreszeit. Ich glaube heutzutage, wenn man sich mit der Welt und wie das läuft befasst, dann muss man einfach ein bisschen auf Nachhaltigkeit gucken und dass die Produkte nicht durch halb Europa gekarrt werden. Das macht ja auch keinen Sinn, wenn wir das vor der Haustüre haben. Man sollte sich einfach informieren und man sollte bewusst leben, finde ich, und sich mit beschäftigen, vor allem was man isst. Man guckt ja auch, welches Öl man in sein Auto kippt und ich finde, da ist die eigene Ernährung vielleicht sogar noch wichtiger. Man guckt ja auch, welches Öl man in sein Auto kippt und ich finde, da ist die eigene Auto kippt und ich finde, da ist die eigene Auto kippt und ich finde, da ist die eigene Auto kippt und ich finde, da ist die eigene Auto kippt und ich finde, da ist die eigene Auto kippt und ich finde, da ist die eigene Auto kippt und ich finde, da ist die eigene Auto kippt und ich finde, da ist die eigene Auto kippt und ich finde, da ist die eigene Auto kippt und ich finde, da ist die eigene Auto kippt und ich finde, da ist die eigene Auto kippt und ich finde, da ist die eigene Auto kippt und ich finde, da ist die eigene Auto kippt und ich finde, da ist die eigene Auto kippt und ich finde, da ist die eigene Auto kippt und ich finde, da ist die eigene Auto kippt und ich finde, da ist die eigene Auto kippt